Was ist das für ein Video? Was ist das für ein Video? Von Algerien, eine wilde Frisur im Moment bei Ibo Maser am Start, vielleicht will er lang wachsen lassen. Ibo Maser mit der A-Nationalmannschaft, vielleicht auch ganz interessant. Algerien gegen Togo, mal gucken, ob er da gleich Spielzeit bekommt. Axel Kruse auch interessant, das könnte man sich vielleicht auch noch heute angucken. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Also Ibo Maser bei der A-Nationalmannschaft von Algerien das erste Mal dabei. Tim Goller und Passi Clemens bei der U20. Oh, jetzt kriege ich hier gerade einen Anruf rein, warte mal ganz kurz. Tschüss. So, bin wieder da. Also Tim Goller und Passi Clemens bei der U20-Nationalmannschaft. Für Goller auch cool. Deutschland gegen Polen in Ahlen. In Ahlen hat früher mal der junge Marco Reus gespielt. Dann haben wir Tiag Ernst bei der U21-Nationalmannschaft. Die spielen gegen Bulgarien. Ja, Torsten Zorn wissen wir ja, isländischer A-Nationalspieler. Marton und Palco sind beide wieder für die A-Nationalmannschaft von Ungarn. Unterwegs in der Nations League gegen die Niederlande. Achso, hier ist dann das zweite Spiel aufgelistet. Hier spielt Deutschland mit der U20, mit Goller und Pascal Clemens gegen Ghana. Ibo Maser nochmal gegen Togo. Torsten Zorn mit Island gegen die Türkei. Gut, Buchalakis war ja sonst immer noch ein Nationalspieler, aber der ist ja gerade verletzt. Marton und Palco dann noch gegen Bosnien. Ist Previak gar nicht berufen worden für die bosnische Nationalmannschaft? Der war ja eigentlich auch ein A-Nationalspieler, ne? Für die bosnische... Ist gar nicht mehr berufen, wa? Weil länger dann jetzt schon nicht. Und Tiag Ernst spielt auch nochmal in Polen mit Deutschland. Also da kann man sich auf jeden Fall auch für interessieren. Und heute waren echt viele junge Spieler wohl beim Training dabei. Da bin ich mal gespannt, wen wir dann morgen sehen können im Testspiel gegen Hertha 0-3. Ja, erstmal hat er bei uns auch keine Spielpraxis, das ist klar. Aber er war ja da immer mit Tabakovic zusammen sogar am Start. Ist Tabakovic wieder berufen worden? Stimmt, ne? Wenn er jetzt bei Hoffenheim in der ersten Liga ist, auch wenn er nicht viel Spielzeit hat. So, wer war heute alles mit dabei? Max Mowinkel, Peter Martibel war mit dabei, Elias Straßner, auch cool. Den wünschen sich ja einige zumindest mal im Kader, wenn jetzt... Mal gucken, vielleicht ist ja beim nächsten Spiel Karpovnik schon wieder fit als Alternative. Ich meine, könnte aber trotzdem für Elias Straßner interessant werden, weil wir... Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Dudziak aussieht, da gibt es ja irgendwie keine Wasserstandsmeldung, weil der gute Deo ja eine fünfte gelbe Karte bekommen hat. Also der fällt ja so oder so aus. Kannst du natürlich mit Marton auf Linksverteidiger spielen, wenn du Clemens in die Mitte ziehst, wenn Demme wieder fit ist für die Sechser-Position oder halt Sessa. Aber könnte sich ja vielleicht sogar was für ihn ergeben. Der spielt ja eine super U23-Saison. Und wenn er jetzt sich im Training beweist, wer weiß, vielleicht kriegt er ja eine Chance mal im Kader. Oder Karpovnik kann auch auf der Sechs oder auf der Acht agieren, klar. Wenn er wieder fit sein sollte. Aber es ist ja dann die Frage, ob der direkt von Anfang an in Frage kommt. Ensa Aksakal war mit dabei. Dion Ayvasi von der U23, der war ja auch schon des Öfteren mal in der ersten Mannschaft im Training dabei. Jelani Ndi, Oli Rölke, Luis Trus und Marlon Morgenstern. Ander aus der U23. Egon Gräber. Egor Gräber, sorry. Letztes Jahr noch U17, jetzt in der U19. Bei der läuft es ja gerade nicht so gut leider. Mit Hartmann. Ich glaube, die haben im Pokal am Wochenende verloren. Kann das sein? Im Pokal gegen KSC. Korrigiert mich da gerne. Oder muss ich jetzt richtig vorlesen. Enoch Uluwajimi Adetokunbu Adelenu. Also Adelenu aus der U17. Der sagt mir gar nichts. Mal kurz gucken. A-D-L-E-N-U-U-17. Oh doch, habe ich schon mal angeguckt anscheinend. 16. Hier steht sogar, dass er... Stand da gerade. Ganz herzlich, dein Michael P-Punkt. Rechter Verteidiger. Der hat neun Spiele gemacht und vier Tore erzielt in der U17 Bundesliga. Okay. Oder Nachwuchsliga heißt sie ja jetzt. Nicht schlecht. Doch Innenverteidiger gespielt. Vier Tore in neun Spielen. Hat der Flügel gespielt oder was? Crazy. Okay, also der ist auch mit dabei. Lennox Ballwanz, Torwart und Luis Greil, U15. Der war ja auch schon öfter beim Training mit dabei. Der sagt doch immer, Andi Menger, das ist eine Maschine für die Zukunft. Luis Greil, U15. Einfach ein Torwart aus der U15, Alter. Im Training mit dabei. Aber ist ja auch nicht das erste Mal. Darüber hinaus. Ach, er ist ja wieder da. Okay. Andreas Bucher-Lakes zurück ins Mannschaftstraining. Michael Karbovnik und Martin Winkler hingegen absolvierten eine individuelle Einheit auf dem Rasen. Wäre ja auch schön, wenn beide wieder zurückkehren. Martin Winkler war ja auch noch bei der verletzten Liste mit dabei. Wäre ja auch ein Spieler gewesen. Gerade, wenn wir es immer versucht haben mit den langen Bällen hinter die Kette, wäre der vielleicht interessant gewesen in dem Spiel gegen Schalke. Marius Gersbeck, Einheit auf dem Rasen. Marius Gersbeck, was? Achso, die trainierten, Marius Gersbeck und Demme trainierten in der Kabine. Okay. Kuisance pausierte aufgrund von Belastungssteuerung. Die verletzten Linus Gächter, Fabian Rehse, John Anthony Brooks und Jeremy Dudziak fehlen weiterhin. Naja, ich bin mal gespannt. Vielleicht sehe ich ja morgen den ein oder anderen Jugendspieler in der Aufstellung. Hertha 03 ist ja auch gut drauf in der Regionalliga Nordost. Hertha 03 ist ja gerade aufgestiegen in die Regionalliga. Ja, und die sind trotzdem, gerade am Anfang, konnten die ergebnistechnisch, spieltechnisch echt überzeugen. Die sind derzeit Achter in der Regionalliga Nordost. Also die ein oder andere Personalie, die morgen spielt, hat es dann eigentlich mit dem Gegner aus der eigenen Liga zu tun. Ja, das so mal die aktuellen News dazu. Altes Eisen, danke für dein Prime-Abo, vier Monate am Start. Hau, hey, kannst du bitte Motti aus Steglitz grüßen? Natürlich, liebe Grüße an Motti aus Steglitz. Das ist wie in so einer Radiosendung. Die U17 ist wieder richtig gut. Ja, es scheint ein guter Jahrgang zu sein. Wer ist denn nochmal bei uns, Hertha U17-Trainer? Ante Czovic. Das war so eine Trainerrotation, dass ich immer da durcheinander komme. Aber läuft gut unter Ante Czovic, ne? In der U17. Der war ja letztes Jahr, glaube ich, noch U16-Trainer. Das ist ja jetzt nicht so die Mannschaft, sage ich mal, wo man, ja wie soll ich das sagen, die ist jetzt nicht so die wichtigste Mannschaft für uns. Jetzt gucken wir mal an der Nachwuchsliga. Die Nachwuchsliga U17 hat Hertha am Wochenende 2-2 gespielt, aber ist auf Platz 1. Hier sehen wir, die Gruppe D ist das, der Nachwuchsliga-Vorrunde. Und da sind ja auch schon einige, gut, die sind hier abgeschlagen, aber da sind ja einige Hochkaräter auch im U17-Bereich dabei. Punktgleich mit dem HSV, besseres Torverhältnis und ein Spiel weniger, vier Punkte vor Union. Und die drei Mannschaften kommen ja in dem Sinne weiter in die nächste Runde. Und da hat Hertha schon zehn Punkte Vorsprung auf Kiel. Also auf jeden Fall respektabel. Können wir uns ja mal den U17-Härtha-Kader angucken. Wer da alles so kommt. Achso, sogar Kapitän. Ah, das ist ein Doppelnachname, okay. Adelenu ist Kapitän. Ja, vielleicht kommt da ja mal wieder ein interessantes Außenverteidigertalent, wenn es nicht gerade von Gladbach weggeschnappt wird. Okay, sagt mir ehrlich, also in der U17 bin ich noch nicht drin in der Neuen. Da sagt mir kein einziger was. Muss ich mich mal ein bisschen mehr mit beschäftigen. Gashi? Ist ja verwandt mit dem Gashi, der zu Bayern gegangen ist. Die Art steht hier leider noch nicht. Aber könnte sein, dass das sein Bruder oder so ist. Na gut. Eichhorn soll stark sein. Hätte ich gerade hier gelesen, wo ist denn der defensives Mittelfeldkernit? Eigentlich 15 Jahre alt. Wahnsinn. Anscheinend auch schon deutscher U-Nationalspieler hier. U15, U16 spielt unser Kapitän auch schon deutsche U-Nationalmannschaft. Ja, auch U15 und U16 jeweils ein Spiel schon gemacht. Ja, cool. Okay, dann, wo habe ich das hier aufgemacht? Ich glaube, die reden gleich am Anfang über Hertha. Also es ist der 50 plus 2 Podcast von Nico und Niklas von Calcio Berlin. Und die hatten Lena Kassel dabei, die ehemals Mitarbeiterin bei uns bei Hertha TV war. Und der jetzt auch eine steile Karriere hingelegt hat. Und die sprechen unter anderem über Hertha. Ich werde mir jetzt nicht mit euch den ganzen Podcast reinziehen. Aber den Teil über Hertha, der wurde ja gestern des Öfteren mal erwähnt. Können wir uns gerne mal reinziehen. Flommi, grüß dich. Erstmal schreibt hier gerade rein. Andi Menger hat heute mit Luis Greil trainiert. Der Junge hat für sein Alter heftig was auf dem Kasten. Gibt irgendwann ein Video von mir. Die Eltern haben hier grünes Licht gegeben. Menger ist sehr begeistert von ihm. Ja, habe ich auch schon gehört. Ich habe gerade gesagt, da warst du wahrscheinlich noch nicht dabei. Er nennt ihn nochmal die Maschine. Ich glaube, der ist 13, oder? 13 oder 14. Das ist verrückt und trainiert einfach bei den Profis mit. Als Torwart ist ja auch nochmal irgendwie was anderes. Okay, dann gehen wir mal rein. Ah, hier den Start können wir noch mitnehmen. Ihr müsstet das eigentlich hören können. Ja, also ohne das Thema jetzt weiter aufmachen zu wollen, bin ich auf jeden Fall auch Hundedurchfall-Experte, unfreiwilligerweise geworden in den letzten Jahren. Aber naja, man tut, was man nicht... Wilder Einstieg, den ich hier gewählt habe. Alles tut, ne? Wir gehen rein. Und zwar, wie ihr das von uns schon kennt, lassen wir wie immer ein Bundesligaspiel aus. Und wir haben uns entschieden für das erste Sonntagsspiel Heidenheim gegen Leipzig und gehen dafür rein mit einem Zweitligaspiel. Und zwar dem zweiten und letzten Einsatz von Jakob Fimpel als Interimstrainer bei Schalke 04. An dieser Stelle ein kleiner Hinweis. Bei Calcio Berlin, unserem YouTube-Kanal, kommt heute eine Reaktion auf die Anstellung von Käse. Ja, die ziehen wir uns auf jeden Fall gleich noch rein. ...Fan Wonderen als neuer Trainer bei Schalke 04. Das Spiel zwischen Hertha BSC und Schalke 04, bei Schalke, also zwischen Schalke und Hertha BSC, geht 2 zu 2 aus. Und Lina, du bist ja der Hertha auch durchaus verbunden. Wie hast du das Spiel denn gesehen? Ja, es war so ein bisschen das Spiel, was beide Mannschaften, würde ich sagen, auch in den letzten Wochen ausgezeichnet hat. Positiv wie negativ. Beide eigentlich okaye Offensiven, beide aber wahnsinnig schlechte Defensiven. Heraus kommt ein wildes Fußballspiel und ein 2 zu 2, was, glaube ich, keinem so richtig, richtig weiterhilft. Schalke war, glaube ich, im ersten Durchgang das bessere Team, aber Hertha wurde nach der Pause stärker. Und wenn wir bei Hertha sind, ich glaube, das Spiel gegen Schalke reiht sich so ein bisschen ein in den letzten Wochen. All das, was man bei Düsseldorf und Elversberg da positiv wie negativ sehen konnte, konnte man eben auch gegen Schalke beobachten. Ich finde positiv bei Hertha einfach die Entwicklung mit Ball. Unterfjell, zweitbeste Passquote der Liga mit 86,7 Prozent, meiste Ballbesitz mit 55 Prozent. Also wir dürfen nicht vergessen, wir kommen aus dem Pal-Dalai-Fußball. Von daher ist das schon sehr, sehr erfreulich, wie die Mannschaft sich da präsentiert. Kann ich auf jeden Fall mitgehen. Aber deswegen war ja dieses Spiel auch relativ ungewöhnlich für uns, weil wir hatten, muss ich jetzt nochmal nachgucken, aber eine Passquote deutlich unterm Schnitt, was natürlich auch bedingt war durch die langen Bälle. Ich glaube, er ist jetzt leider nicht hier. Ich habe folgenden interessanten Kommentar gelesen von Marius. Unter meinem letzten Video hätte ich gerne jetzt hier mit ihm drüber gesprochen, weil wenn ich da antworte, muss ich zehn Seiten schreiben. Aber der hat da auch nochmal geschrieben, so sinngemäß hatte er in dem Sinne Fjell verteidigt und findet es gut, dass Fjell zusammen mit seinem Trainerteam in jedem Spiel, das, was Benni auch schon mal gesagt hat, was ihm an Fjell gefällt, dass er da anpassungsfähig ist und immer mal wieder andere Ansätze für den jeweiligen Gegner eben sich sucht, ohne das Spiel selbst komplett zu verändern. Und hat er dann geschrieben, der Marius, der da auch immer sehr qualitative Kommentare abgibt, dass eben bei Schalke eben ausgemacht wurde, dass sie Probleme haben, wenn der Gegner schnell vertikal spielt und deswegen auch die gezielt langen Bälle. Aber da muss ich jetzt sagen, fand ich eben das Spiel trotzdem, auch wenn man sich da auf den Gegner anpassen wollte, waren es mir einfach zu viele lange Bälle. Und Vertikalität, wenn Schalke damit Probleme hat, die kannst du ja auch durchs Mittelfeld erzeugen, durch vertikale Läufe, Schnittstellen, Pässe etc. Die musst du ja nicht nur über lange Bälle generieren, die dann zu 80 Prozent eben verteilt wurden, zumal Schalke sich eben darauf gut eingestellt hat, irgendwann es gut verteidigt hat und die Lücken im Zentrum, um dort ja auch mal ein Tempodribbling oder so zu machen in Form von Ibo Maser, die waren ja total gegeben. Und ja, deswegen fand ich eigentlich, die Offensivstärken kamen klar später dann auch zum Tragen, aber wir wurden ja trotzdem nicht so wirklich extrem gefährlich. Wir hatten ja trotzdem wieder das Problem, was wir auch schon gegen bessere Gegner hatten, wo wir es dann da, oder gut verteidigende, gut organisierte Gegner hatten, wo wir das ja dann auch schon ausgemacht haben, dass wir Probleme damit haben, das dann zu bespielen, um wirklich zum Abschluss zu kommen oder gefährlich zu werden. Es sieht immer alles bis zum Strafraum ganz gut aus, aber der letzte Pass sitzt dann nicht. Und das war eben hier auch wieder der Fall. Tobi, hier kommt der Genuss, danke für dein Prime-Abo, 29 Monate am Start. Kenny war ja eigentlich immer frei im rechten Mittelfeld, aber es war einfach zu viel. Naja, ich fand zum Beispiel, Kenny hat ja auch ab und an zwei, drei Situationen, hat ja genau mal den Pass gespielt, den ich mir gewünscht habe. Er war dann recht frei und hat dann trotzdem, das, was er ja früher fast nie gemacht hat, weil er jetzt eben auch da die Anspielstation hat und weil da eigentlich auch viel Raum war vor der Viererkette, hat er des Öfteren mal wirklich ins Zentrum gespielt. Aber da hat dann unsere Entscheidungsfindung und unser Passspiel halt leider auch nicht gestimmt und teilweise eben das, was mir am meisten gestört hat, die Positionierung auch nicht. Aber jetzt habe ich hier schon wieder einen Monolog, eigentlich wollten wir ja zuhören. Das ist mir bloß gerade dazu eingefallen. Durchgang, das bessere Team, aber Hertha wurde nach der Pause stärker und wenn wir bei Hertha sind, ich glaube, das Spiel gegen Schalke reiht sich so ein bisschen ein in die letzten Wochen. All das, was man bei Düsseldorf und Elversberg da positiv wie negativ sehen konnte, konnte man eben auch gegen Schalke beobachten, ich finde positiv bei Hertha einfach die Entwicklung mit Ball. Unter Fjell, zweitbeste Passquote der Liga mit 86,7 Prozent, zweitmeisten Ballbesitz mit 55 Prozent. Also wir dürfen nicht vergessen, wir kommen aus dem Pal-Dalai-Fußball. Von daher ist das schon sehr, sehr erfreulich, wie die Mannschaft sich da präsentiert. Gerade auch in den Umschaltsituationen, sehr, sehr ansehnlicher One-Touch-Fußball. Man ist spielerisch besser geworden und jetzt gegen Schalke mit den vielen Tiefenläufen über Mazza, über Derri Scherhand, mit viel Vertikalität irgendwie versucht, hinter Schalkes Pressing zu kommen. Das war dann eben auch mal ein pragmatischer Ansatz von Fjell, den man so oft in dieser Saison noch nicht gesehen hat. Da ist oftmals sehr viel klein klein und wenig Zielstrebigkeit nach vorne zu sehen. Und nichtsdestotrotz muss man sagen, so die zweite Halbzeit, ja, war besser. Aber ich fand... Vertikalität hört sich dann so an. Es kam einem ja trotzdem so vor, dass die Vertikalität wirklich... Ich weiß nicht, ich kann es jetzt nicht bemessen. Müsste man sich eine Statistik raussuchen. Aber die kam einem ja so vor, als ob die zu 80 Prozent aus langen Bällen bestand, die Vertikalität. Und da bin ich dann halt... Ja, sie sagt jetzt pragmatisch. So kann man es natürlich auch sehen. Aber es hat ja nicht funktioniert. Also klar, wir haben so ein Tor erzielt und hatten auch die eine oder andere Gelegenheit dadurch. Aber ich hätte mir schon mehr gewünscht, ins Zentrum die Vertikalität zu bekommen, wo die Lücken eben waren. Halt auch, weil Schalke nicht mehr so hoch ins Pressen gegangen ist. Also es hatte eher was mit dem Ansatz dann von Schalke 04 zu tun. Das muss man schon sagen. Hat mich auch verwundert, warum Schalke in der zweiten Halbzeit das... Also ich weiß nicht, ob es konditionell bedingt war, aber warum sie es dann nicht mehr so gespielt haben. Jetzt mit dem überzeugenderen Spielansatz von Hertha Bessé. In der Bubble hört man natürlich jetzt trotzdem, oh ey, gegen Düsseldorf verloren, so untergegangen gegen Elversberg, jetzt gegen ein angeschlagenes Schalke nur ein Punkt. Wer jetzt Fjell schon grundsätzlich in Frage stellt, und dann höre ich auch auf mit meinem Monolog, der darf natürlich bei Hertha die Verletztenliste gerade einfach nicht außer Acht lassen. Also dass Derri Scherhand das erste Mal in seiner Profikarriere als Mittelstürmer ran musste, Sessa ohne Rhythmus einfach mal direkt in die Startelf rotiert ist. Bei Sessa hat man es echt so krass gemerkt. Aber es blieb jetzt wahrscheinlich auch nichts anderes übrig, ist die Frage, wann er topfit ist. Aber deswegen darf man, glaube ich, auch gar nicht zu viele Hoffnungen darauf geben, dass die Spieler jetzt zurückkehren. Weil wer weiß, wie lange das dauert, bis ein Rehse wirklich fit ist, wie lange das bei einem Karbovnik und, 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 die alle ja zurückkommen. Aber wie lange das dauert, du siehst es ja gerade an Sessa. Der hat ja auch Teile der Vorbereitung dann eben mitgemacht. Und man sieht, wie schwer es wird. Konditionell hatten nur Younes und Anvia J. Probleme. Ja gut, dann war es wahrscheinlich der Ansatz, den Schalke gewählt hat. Den fand ich dann aus eurer Sicht nicht so clever. Wir haben 323 Pässe ins letzte Dritte, mit Abstand erster Köln. Zweiter mit 268. Die Anschlussaktion ist dann meistens ungenügend. Thorstein-Zon wird aber sehr helfen. Ja, ich würde Thorstein-Zon jetzt auch nicht... Also, der ist das Erste, war ja das zweite Mal in der Startelf gewesen. Das hat die Vorbereitung nicht mitgemacht. Dem würde ich wirklich noch ein bisschen Zeit geben. Sessa war heute im Training sehr bissig, hat 120 Prozent gegeben. Ja, man hat bei ihm halt auch eine hohe Erwartungshaltung, weil der ist ja ein super Fußballer. Hast du mal wieder ein Trainingsvideo eigentlich gemacht, Flummi, was wir noch nicht gesehen haben? Ich folge einfach zu vielen Leuten. Ich sehe gar nichts mehr. Das ist ein Stadion-Vlog. Muss ich warten, bis sein neues Trainingsvideo kommt. Ja, nee, also Sessa halte ich ja weiterhin viel, aber das Spiel war natürlich eine Katastrophe und war ein bisschen gekrönt von diesem Abschluss, der vielleicht das Spiel so ein bisschen in eine andere Richtung hätte lenken können. Hätte, hätte, Fahrradkette, ich weiß. Oder Toni Leisner jetzt doch quasi trotz seines nicht vorhandenen Tempos wieder in der Innenverteidigung ran muss. All das liegt natürlich an der irren Verletztenliste. Rehse seit Saisonbeginn raus mit Linus Gechter und Brooks, zwei Defensivleute raus. Karbovnik, auch unumstrittener Stammspieler, verletzt raus. Dudziak nicht mit dabei. Ja, das stimmt, weil hier gerade Mava schreibt, schade ist Thorstein-Sohn wieder bei der Nationalmannschaft, ist ihm würden zwei Wochen Training mit Hertha weiterhelfen, safe. Safe, man hat dann immer so im Kopf, die haben ja zwei Wochen Zeit, sich vorzubereiten, aber Thorstein-Sohn hat ja diesen Rhythmus jetzt gar nicht drin mit der Mannschaft. Im Gegensatz natürlich zu einem Sessa, der vielleicht diese zwei Wochen super nutzen kann. Ich mache nochmal zurück, weil ich jetzt auf den Chat geachtet habe. In der Bubble hört man natürlich jetzt trotzdem, oh ey, gegen Düsseldorf verloren, so untergegangen gegen Elversberg, jetzt gegen ein angeschlagenes Schalke nur ein Punkt. Wer jetzt Fjell schon grundsätzlich in Frage stellt, und dann höre ich auch auf mit meinem Monolog, der darf natürlich bei Hertha die Verletztenliste gerade einfach nicht außer Acht lassen. Also dass Derri Scherhand das erste Mal in seiner Profikarriere als Mittelstürmer ran musste. Wobei man ja dazu auch sagen muss, Derri Scherhand hat sich das in dem Sinne vielleicht auch einfach erarbeitet und hat ja in der Jugend das auch immer gespielt, wenngleich auch eher so eine hängende Spitze. Aber da fehlt ja keiner verletzt im Sturm. Also das ist nun mal, also wir haben Previak noch, der vielleicht ja jetzt durch sein Tor vielleicht auch wieder ein bisschen Selbstbewusstsein hat, vielleicht auch im Training wieder ein bisschen mehr geben kann, der immer gelobt wird von allen. Wir haben noch einen Niederlechner und wir haben einen Schuler. Das ist nun mal unser Sturm. Klar, könntest du rein theoretisch, wenn du es komplett anders spielen willst, auch noch einen Maser da hinstellen, wenn alle im Mittelfeld wirklich mal fit sein sollten. Aber das ist ja nun mal unser Sturm. Also Scherhand hat ja jetzt erstmal nichts mit der Verletzten-Situation zu tun. Und klar haben wir viele Verletzte, aber wir haben wirklich viele und wir haben auch essentielle Verletzte. Aber wir haben auch viele, wir haben uns ja die Startelf mal angeguckt, ganz, ganz viele Spieler, die ja so oder so Stammspieler bei uns wären. Und deswegen kann man auch nicht, finde ich, immer nur diese Ausrede in dem Sinne bringen. Es ist natürlich erschwerend, es kommt erschwerend hinzu, gerade wenn du so eine Ausfälle wie Reze so lange hast. Aber der hätte ja auch weg sein können vor der Saison. Das war ja auch nicht klar. Und wenn er nicht verletzt gewesen wäre, wäre er vielleicht sogar weg gewesen. Und andere Vereine haben ja auch nicht immer 100 Prozent, worauf sie zugreifen können. Also auch die Schalke hatten ja einige Verletzungssorgen zu ersetzen. Remi Flei, danke für dein Prime-Abo. 26 Monate am Start. ...Rhythmus einfach mal direkt in die Startelf rotiert ist oder Toni Leisner jetzt doch quasi trotz seines nicht vorhandenen Tempos wieder in der Innenverteidigung ran muss. All das liegt natürlich an der irren Verletztenliste. Reze seit Saisonbeginn raus, mit Linus Gechter und Brooks, zwei Defensivleute raus. Karbovnik, auch unumstrittener Stammspieler, verletzt raus. Dudziak nicht mit dabei. Also das gehört zur Bewertung von Hertha BSC aktuell definitiv mit dazu. Ja, viele sehr, sehr spannende Punkte. Und ich finde, du hast einen ganz wichtigen schon mal gesagt. Man darf bei Hertha BSC natürlich jetzt auf die Ergebnisse gucken und sagen, ja, war jetzt die letzten Wochen nicht so toll. Ich finde aber eine Sache, die du gesagt hast, ganz enorm wichtig. Und zwar, dass Hertha BSC einen spielerischen Ansatz verfolgt, den wir seit fünf, sechs, sieben, was weiß ich wie lange Jahren bei Hertha BSC in der Form nicht gesehen haben. Und ich muss auch sagen, ich habe mir dieses Spiel angeschaut und ich fand es irgendwie toll zu sehen, dass wir, so blöd es auch ist, dass wir in der zweiten Liga sind und Grabenkämpfe zwischen Traditionsvereinen geführt werden müssen, wer irgendwie sich ansatzweise eine Chance auf die Hoffnung, auf den Aufstieg überhaupt nur bewahren darf. Fand ich es trotzdem einfach toll zu sehen, dass wir da zwei Mannschaften sehen, die verstärkt auf den eigenen Nachwuchs bauen. Wir haben bei Schalke 04 ja zum zweiten Mal unter Fimpel Thailan Bulut von Anfang an gesehen. Da bin ich auch mal gespannt, wenn jetzt der neue Trainer kommt. Also Gröger und Bulut haben es ja wirklich gut gemacht aus Schalker Sicht, ob sie weiter dann da drauf setzen. Bei uns ist es ja schon, ich sage mal, eine Philosophie des Vereins sogar. Der HSV hat aktuell einer der wenigen, die von der Bank gute Leute bringen können. Aber der HSV hat auch mit Abstand den, finde ich, qualitativ krassesten Kader. Auch was die Breite einfach angeht. Generell schon. Also wenn du einfach einen Emanuel Verreif von der Bank bringen kannst, ist das schon eine Ansage. Unter anderem. Ich habe mir heute auch so vorgestellt, stellt mal vor, wir hätten einen Spieler im Sturm wie Glatze. Alter, der würde so perfekt passen. Aber es ist eigentlich auch ungewöhnlich, so einen Stürmer in der 2. Liga zu haben. Ein junger Verteidiger, den ich eigentlich eher als Rechtsverteidiger abgespeichert hatte, der das 2. Mal jetzt innen verteidigt hat. Oder Max Grüger, der auf der Doppelsechs neben Ron Schallenberg agiert hat. Sorry, Grüger heißt er. Ich sage immer Grüger. Ja, weißt du, die Vereine mussten dahin leider gesund geschrumpft werden. Aber eine schöne Erkenntnis war es für mich trotzdem, dass wir da 4, 5 Eigengewächse, ehrlich gesagt, eher noch auf härter Seite. Ich glaube, bei Schalke sind es 3 gewesen. In diesem Spiel erlebt haben. Und um direkt das aufzugreifen, was du gesagt hast, ich fand auch absolut, es war ein Tale of Two Halves. Schalke kommt vor eigener Kulisse, vor Heimkulisse, komplett angezündet raus und kassieren dann erstmal dieses blöde Gegentor von Couissons, wo ich glaube, der Verteidiger in diesem Augenblick fast damit gerechnet hat, ich glaube, es war Derry Merkin, dass Couissons da auf den Elfmeter geht, ein bisschen die Verteidigungsarbeit einstellt. Und dann sieht aber auch Justin Hickere natürlich um 1 zu 0 nicht so gut aus. Und Hertha führt dann 1 zu 0 mit der ersten Großchance. Und man denkt bei Schalke so ein bisschen, ach du Scheiße, geht das schon wieder los? Aber dann ist der Doppelschlag von Kenan Karamann und Tobias Mohr. Dreihasen City, Dank für dein Prime-Abo, 22 Monate am Start. Und Leo schreibt hier rein, der neue Schalke-Trainer hat immer viele junge Spieler reingeworfen. Sein Kader beim Aufstieg war 23,8 Jahre alt im Schnitt. Okay, bin ich gespannt, wer dann da eine Chance bekommt. Also die beiden haben auf jeden Fall auf sich aufmerksam gemacht, muss man wirklich sagen. Kenan Karamann, sehr, sehr ansehnlicher Treffer nach Vorlage von Armin Younes, der auch immer wichtiger wird für das Schalke-Spiel. Und dann steht es 2 zu 1 zur Halbzeit. Und ich muss sagen, ich dachte zur Halbzeit, ganz im Ernst, das hat Schalke ehrlich gesagt ziemlich gut im Griff hier. Und dennoch kommt die Hertha zurück. Ja, also ich glaube, in der ersten Halbzeit hat halt Hertha verpasst, das 2 zu 0 zu machen. Wir erinnern uns noch an die Chance von Maser. Die war ja auch so geil, wie einfach jeder dachte, das wäre Ivo Maser gewesen. Aber es war einfach Sesser. Wenn man sich das doch mal anguckt. Es war halt einfach Sesser. Oder Sesser. Ich weiß es immer noch nicht. Auch noch da, also haben es verpasst und dann wäre nach 20 Minuten 2 zu 0 gewesen. Und ich glaube, dann wäre das Stadion auch ein bisschen ruhiger gewesen. Mit Sicherheit. Du hast auch die Offensive der Schalker angesprochen. Darf man ja nicht vergessen. Sie haben da mit Musa Silla auch einen richtigen Knipser in ihren Reihen. Schon sieben Scorer. Zweitbester Torschütze. Der scort auch gerne im Gesicht von anderen Torhütern. Ich sage es ja immer. Der Liga. Ich finde, die Doppelspitze mit Karaman funktioniert super. Auch er steht schon bei sechs Scorern. Dann hast du Armin Younes angesprochen. Einen technisch richtig guten Fußballer. Und dann haben sie mit Antwiatje auch noch richtig viel Tempo. Also die Offensive, finde ich. Da braucht man sich keine Sorgen machen. Bei Schalke. Das sieht richtig, richtig gut aus. Es wirkt aber so ein bisschen wie so dieses Pferd, was vorne total schön aussieht. Und je weiter nach hinten kommt, wird der schöne Wallach zu einem richtig hässlichen Esel. Weil wenn wir dann mal so auf die Defensive gucken. Und da hast du es ja gesagt. Ey, du dachtest eigentlich, Schalke hat das im Griff jetzt, in der zweiten Halbzeit. Ja, habe ich ja auch vor dem Spiel schon gesagt, Paul, der ist so torgeil. Wie viele Tore der schon durch Stochern und Nachsetzen gemacht hat, ist verrückt. Antizipieren und dranbleiben. Einfach in der Aktion bleiben, wenn die Hälfte schon abschaltet. Fimpel musste gegenüber dem glücklichen 2 zu 1 gegen Preußen Münster auf exakt einer Position in der Startelf wechseln. Und das war ausgerechnet wieder in der Defensive. Aydin war krank. Und so setzte sich eben diese Serie fort, wie in bislang jedem Saisonspiel. Und das musst du dir mal vorstellen. In jedem Saisonspiel änderte sich die Besetzung der Abwehr. Und die zeigte dann natürlich auch ihre pekanten Schwächen. Aber ganz ehrlich, der verursachte Elfmeter von Schallenberg an Clemens. Ja. Sorry. Das ist natürlich keiner. Auf der anderen Seite darf... Ist aber auch krass, dass bisher noch nie jemand aufgelöst hat, was war da eigentlich mit Niederlechner. Weil ja dann auch viele den Schiri verteidigt hatten und gesagt haben, na gut, aber Niederlechner wurde ja da an der Mitte umgestoßen. Das hat nie irgendeine Wiederholung... Hat irgendeiner davon mal jemals wieder eine Wiederholung gesehen? ...darf dann das Tor zum 2 zu 1 niemals zählen, weil Tiag Ernst da einfach umgerannt wird und keine Chance hat, den Ball zu halten. War dann so ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit. Wieder eine fragwürdige Schiedsrichterleistung. Aber das gehört auch in diese Bewertung mit rein, wie diese zweite... Oh, 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 oh. Lena, nicht hier die Schiedsrichter kritisieren. Die Hälfte einfach gelaufen ist, ne? Ja, du sprichst die Schiri-Leistung an, in meinen Augen auch. Da muss man einmal angemerkt haben, das ist nicht großartig gewesen und ich bin natürlich komplett... Das ist eine Frechheit, hier die Schiedsrichter zu kritisieren. ...blät bei dir. Der arme Ron Schallenberg ist irgendwie das Opfer der zweiten Liga in dieser Saison. Wir erinnern uns an die rote Karte, die er unlängst bekommen hat, wo man ja auch sagen muss... Ja, aber es ist nicht egal, weil wenn da ein Foul vorgelegen hätte, dann wäre es ja egal, ob das jetzt eine Fehlentscheidung war, dann wäre es ja eh ein Elfmeter gewesen. Für mich ein sehr vergleichbarer Fall mit der roten Karte von Atakan Karasor, die wird zurückgenommen und bei Schalke muss aber Schallenberg trotzdem fehlen. Und ich finde auch ehrlich gesagt, dass dieses Spiel, und wir haben es ja ganz gut skizziert als Tale of Two Halves, dann am Ende ist es schon in Ordnung, auch wenn Schalke sich eben über die Art und Weise dieses Elfmeters ärgern muss, ist es für mich in Ordnung, dass dieses Spiel am Ende mit 2 zu 2 ausgeht. Und die Schalker, da ändert sich nicht nur die Defensive, ist auch der dritte Trainer, der jetzt bald auf der Bank sitzt. Und wir dürfen auf jeden Fall sehr, sehr gespannt sein, was der jetzt übernehmen wird. Ich fand eigentlich, dass Fimpel mit, wie gesagt, Thailand Bulut und Max Krüger schon mal ein paar spannende Ansätze geliefert hat. Es ist ja ganz klar das Ziel, jetzt noch mehr auf den eigenen Nachwuchs zu setzen. Und ich finde auch, dass man da durchaus auf den Gegner vom Wochenende gucken kann. Mit Matzer und Schert alleine die Offensive zwei Eigengewechsel. Wolf-Leo könnte durchaus sein. Spontan entscheide ich das. Tja, Ernst im Tor. Ich bin sehr gespannt, was wir bei Schalke 04 sehen werden. Mein Bauchgefühl ist, dass wir in eine Zukunft gucken mit Case van Wonderen, in der Schalke 04 defensiv deutlich stabiler stehen wird. Und ein Kenan Karamann vielleicht dann doch nicht mehr, das ist nämlich eine unglaubliche Statistik, in zwölf der letzten 14 Heimspielen getroffen hat. Denn die Offensive ist nicht das Steckenpferd von Case van Wonderen. Aber es ist trotzdem natürlich auch für die beiden Mannschaften, das muss man ja auch sagen, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Und bei Schalke 04 ist es noch ein bisschen dramatischer, denn da ist der Blick natürlich immer noch ganz akut nach unten gerichtet. Mit diesem Unentschieden hat man jetzt, ich gucke nach, zwei Punkte vor einem Abstiegsplatz. Ja, der neue Besen darf gerne gut kehren in Gelsekirchen, nicht wahr? So ist es und ist natürlich, wenn wir vorher so ein bisschen über den Berliner Weg gesprochen haben und das jetzt auch Schalke vermehrt auf die Jugend setzen möchte, van Wonderen Europameister geworden mit der U18, der Niederlande. Also er hat auch einen Fokus auf junge Spieler. Er hat als Cheftrainer jetzt noch nicht so sonderlich viel Erfahrung, ist er erst seit 2020 an der Seitenlinie. Bin sehr gespannt darauf, aber dass der Fokus mehr auf der Defensive liegen wird, ist für einen ehemaligen professionellen Abwehrspieler, der, glaube ich, mit Rotterdam richtig gute Performances abgeliefert hat, jetzt nicht unbedingt überraschend und vielleicht noch kurz zu Hertha ist natürlich, also ich kann mich daran erinnern, Nico, ich weiß nicht, wie es dir ging, vor der Saison, erstaunlicherweise haben alle gesagt, Hertha BSC wird unter den Top 3 sein, was die Tabelle angeht und was auch dann eben die Aufstiegsplätze angeht. Alle haben irgendwie den Kader als sehr, sehr stark eingeschätzt, ist er ja auch, man muss nur trotzdem sagen, ich habe das Gefühl, wenn du wirklich aufsteigen willst, das hat man gerade in der letzten Viertelstunde bei Hertha auf Schalke nicht wirklich gesehen, man hatte das Gefühl, dass sie eher mit dem Punkt zufrieden waren, als jetzt wirklich da. Danke, danke. Ich meine, das hat ja Christian Fiel selber auch in der Pressekonferenz kritisiert, aber, ja. Noch auf Sieg zu gehen und eine Mannschaft, die Ambition hat, aufzusteigen, die macht sowas nicht. Stattdessen ist man, als Hertha BSC am 8. Spieltag mit einem Unentschieden beim Tabellen 13. zufrieden und da fehlt es dann einfach Hertha an Entschlossenheit, um... wirklich, glaube ich, on the long run zu diesen Top 5 in der 2. Bundesliga zu gehören. Das war so ein bisschen mein Eindruck, wie ich dann auch aus diesem Spiel... Schade eigentlich, weil gegen Kaiserslautern hatte man das Gefühl, dass dieser unbedingte Wille dafür auch einfach da war, ne? Aber vielleicht war die Angst zu dem Zeitpunkt nach der Niederlage gegen Elversberg größer, ganz ohne Punkte da zu stehen. Aber im Endeffekt hat ja Schalke in den letzten 5 Minuten sogar noch mal mehr dafür gesorgt, sich Torchancen zu erspielen, ne? ...rausgegangen bin, wenn du... Aber jeder kennt es auch, wenn du hinten wackelig bist und damit meine ich jetzt nicht die Innenverteidigung oder die Viererkette, sondern im Allgemeinen, wenn du defensiv wackelig bist und dir nicht sicher sein kannst, was hinten passiert ist, dann hast du eben auch nicht diese... Jeder kennt das, nicht diese krasse Sicherheit nach vorne, ne? Weil du immer im Hinterkopf hast, boah, was ist, wenn wir jetzt noch mal einen reinkriegen, wenn wir zu viel reinwerfen, ne? Aber im Endeffekt gab es ja gegen Kaiserslautern auch noch mal etliche Chancen für Lautern danach. Mit einem Unentschieden beim Tabellen-13. zufrieden und da fehlt es dann einfach Hertha an Entschlossenheit. Ja, also nach dem, eigentlich schon nach dem Elfmeter, das stimmt, Drops, Jay, nach dem Elfmeter, da kam ja viel zu wenig von Hertha dann. Wann war das? 71. Minute? Hast du mit Nachspielzeiten auch fast 25 Minuten Zeit? Um wirklich, glaube ich, on the long run zu diesen Top 5 in der 2. Bundesliga zu gehören, das war so ein bisschen mein Eindruck, wie ich dann auch aus diesem Spiel rausgegangen bin, wenn du mit solchen Ambitionen in diese neue Saison gestart bist und das war so, das Übergangsjahr in der 2. Bundesliga haben wir hinter uns, wir wollen jetzt angreifen. Davon habe ich in der letzten Viertelstunde wenig gesehen. Ja, ich frage mich auch so ein bisschen, für mich fehlt, oder vielleicht ist er auch da, ich meine, Lukas Schuller hat gute Ansätze gezeigt, Previak hat jetzt getroffen per Elfmeter. Mir fehlt aber so ein bisschen der Stürmer, wo ich mich drauf verlassen kann, Tabakovic, Abgang zu Hoffenheim, wo ich weiß, der macht seine 15 plus, weil in meinen Augen brauchst du so einen Stürmer, um in der 2. Liga aufzusteigen. Aber ich könnte mir immer noch, das ist ja wieder die gleiche Diskussion wie gestern, weil wir ja darüber schon gesprochen haben, ich könnte mir halt immer noch vorstellen, dass wir das mit Niederlechner oder mit Previak haben könnten. Dafür sind wir aber zu, ja, weiterhin der letzte Pass, die letzte Aktion, da sind wir einfach zu nicht zielstrebig genug, oder es passt mit mir, dann stehst du wieder falsch, in den Abläufen nicht perfekt, Entscheidungsfindung, Genauigkeit im letzten Pass, ich traue Niederlechner, auch wenn er sich wohlfühlt als hängende Spitze mit seinem Torriecher und der ist ja eiskalt, wenn er eine Situation serviert bekommt, ist er eiskalt vom Tor, aber daran scheitert es ja für mich. Vielleicht ist jetzt nicht Scherrand derjenige, der 15 Tore macht, klar, aber bei einem Previak oder bei einem, also von der Qualität her, bei einem Previak oder einem Niederlechner, also da sehe ich das Problem eher weiter vorne, wenn du ihm die Dinger auflegst und das muss ja unser Ziel sein, wenn du ganz oben mitspielen willst, dass du im Stürmer die Bälle so servierst, dann glaube ich schon, dass sie das Potenzial dafür haben. Also ein Previak ist doch von der Qualität, wird ja auch immer von allen gelobt, ein super Spieler im 16er. Der Kicker schrieb heute, dass Hertha überlegt, im Winter einen neuen Stürmer zu holen, habe ich auch gelesen, beziehungsweise dass sie jetzt mal gucken wollen, ob da einer von den eben genannten das eben noch mitbringen kann, was wir brauchen im Sturm oder ja, ob man dann im Winter nochmal nachjustieren muss und einen passenden holen muss. Aber ja, ich weiß, das ist ja das Problem, das war ja auch das Problem unter Paldada, warum er dann keine Chance mehr gehabt hat und auch jetzt unter Fjell, dass gegen den Ballpräwerk halt nicht so doll ist. aber wie gesagt, wir haben ja auch noch einen Niederlechner. Wenn du dem die Bälle servierst, der hat eine gute Technik, der hat einen guten Abschluss, der hat eine gute Antizipation, aber vielleicht schätze ich das auch einfach zu hoch ein. Natürlich haben wir keinen Glatzel. Mario, dank von der Bitz ist wahrscheinlich das Problem, was du gestern erwähnt hast. Man sieht Schalke als der Klub, der er einmal war und nicht als der Klub, der er jetzt ist. Ja, das würde ich auf jeden Fall so sehen. Dann sagt man, ja, mit dem Unentschieden in Gelsenkirchen, mit den Zuschauern und so weiter, da kannst du zufrieden sein. Aber wie sich Schalke bisher präsentiert hat, kannst du eigentlich eben damit nicht zufrieden sein. Dann müsstest du ja Elversberg zu Hause auch 4-1 schlagen, wenn es immer nur darum geht. Ich weiß nicht, wann zuletzt eine Mannschaft aufgestiegen ist, die so den Scoring-Output sehr weit verteilt hat, wo viele Spieler irgendwie im Bereich 5-9 getroffen haben. Im Zweifel braucht man immer diesen einen Goalgetter und da bin ich mir noch nicht sicher, ob Hertha den hat. Und wo ich mir auch nicht sicher bin, du hast natürlich mit Clemens und auch Croissants ist ja inzwischen ein eher erfahrener Spieler mit Leistner sowieso, der jetzt wieder rein rotiert ist. Aber in diesen letzten 15 Minuten, die du angesprochen hast, brauchst du eben auch Spieler auf dem Rasen, die sagen, scheiß drauf, jetzt gehe ich voran und wir gehen hier all in und holen uns diesen Sieg irgendwie. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, wer das aktuell bei Hertha BSC ist. Und ich finde auch, es ist natürlich nicht fair, das von irgendwie einem 18-jährigen, 19-jährigen Ibrahim Matza zum Beispiel zu erwarten. Den hat er ja dann auch ausgewechselt. Ich finde, das können schon so Spieler sein wie Sessa in der Verfassung natürlich nicht. Vor allem aber ein Croissants, dem siehst du es, finde ich, immer an. Vielleicht in Zukunft auch ein Torster in Zorn. Weil der hat ja in der zweiten Halbzeit schon extrem Betrieb gemacht. Aber Croissants, spielst du das ja über das ganze Spiel, das er vorangeht. Der will immer den Ball haben, er ist immer anspielbereit. Der ackert mit nach hinten, der ackert nach vorne, der geht jeden Meter, ist ja nicht ohne Grund der Spieler, der häufig auch am meisten bei uns läuft oder bei den Spielern mit dabei ist. Und der läuft ja nicht nur sinnlos, wie manchmal in der Vergangenheit irgendwelche Dauerläufer. Hatte ehrlich gesagt auch nie verstanden, warum alle es leicht verkraftbar empfunden haben, Tabakowitsch abzugeben. Naja, was heißt alle leicht? Ich habe das ja gesagt. Das kann ich ja auch nochmal so sagen, wie ich es gesagt habe. Du musst halt bei uns auch immer die wirtschaftliche Situation betrachten. Und wir brauchten in dem Sinne anscheinend ja auch nochmal Einnahmen in Höhe von drei bis fünf Millionen Euro. Und da würde ich dann halt lieber, habe ich gesagt, lieber ein Tabakowitsch, weil die ganzen anderen Stürmer ja geblieben sind, wie Previak, Niederlechner und Co. Und wir so eine, aus meiner Sicht, ja eigentlich spielstarkes Mittelfeld hatten, die auch Torgefahr erzeugen können. Plus Flügelspieler, die auch das eine oder andere Tor machen können. Da habe ich das eher verkraftet, als wenn wir jetzt beispielsweise einen Rehse oder einen Ibo-Masa für das Geld abgegeben hätten. Da müssen ältere Spieler vorangehen. Und das muss sich für mich noch ein bisschen herauskristallisieren, wer das bei Hertha BSC sein soll. Könnte Florian Niederlechner für mich sein, vor allen Dingen, wenn wir auch bedenken, dass Hertha auch die meisten Flanken aus dem Spiel in der Liga schlägt. Warum bringst du dann nicht viel früher auch so jemanden wie Florian Niederlechner, kam jetzt in der 68. erst rein, gerade wie bei so einem Spiel auf Schalke, wo die Hütte brennt so. Ist unfassbar erfahren. Ich hätte ihn mir da viel, viel früher gewünscht. Vielleicht auch schon zur Halbzeit mit den Eindrücken aus eben der ersten Halbzeit einen erfahrenen Spieler reinzubringen, der genau das macht, was du gerade angesprochen hast. Ruhe reinzubringen, ein Selbstverständnis auf den Platz zu bringen, viel über Flanken zu agieren und ihn dann eben zu füttern. Und dass Florian Niederlechner dann durchaus in der Lage ist, zweistellig zu treffen, das wissen wir. Und ich bin nach wie vor der Meinung, und das ist vielleicht eine umstrittene Meinung. Ich bin nach wie vor bei der Auffassung, dass der Abgang von Tabakovic langfristig viel, viel, viel mehr wehtut, als es einen Abgang von Fabi Reze getan hätte. Tja, das ist jetzt spekulativ. Jetzt, wo Reze die ganze Zeit fehlt, ist es natürlich leicht zu sagen. Wenn Reze aber die ganze Zeit gespielt hätte und jetzt schon wieder bei acht Scorer-Punkten wäre, dann hätte man es vielleicht genau andersrum gesehen. Ich glaube es eher nicht, aber jetzt mit der Verletzung und weil man nicht weiß, wie er aus der Verletzung zurückkommt, ja, wie soll man das jetzt beurteilen? Klar, jetzt fehlt uns gerade Tabakovic, aber Reze, wenn er diese Verletzung nicht gehabt hätte, da bleibt uns ja auch nicht viel übrig, wenn wir das Geld einnehmen müssen. Dann hättest du entscheiden können zwischen Reze und Tabakovic, aber glaube ich trotzdem nicht, weil Reze ja auch genau der Spieler ist, der dann in diesem Spiel gegen Schalke, der wäre nicht mit dem 2 zu 2 zufrieden gewesen. Der wäre niemals mit diesem 2 zu 2 zufrieden gewesen. Also bei der These gehe ich nicht mit. Jetzt ja, im Nachhinein einfach zu sagen, er fehlt drei Monate, vielleicht wird er in der Hinrunde auch gar nicht mehr der Reze sein, den wir brauchen, wenn er noch so lange braucht, um wieder zu alter Stärke zurückzufinden. Aber an sich, wenn ich die beiden Spieler vergleiche, würde ich das nicht sagen. Also, ja, ich meine, du hast mehr Hertha-Spieler als ich gesehen, um das zu bewerten, aber für mich, wenn ich dieser Hertha zuschaue, weiß ich, welcher Spielertyp mir fehlt gerade. Und das ist eben genau der von Tabakovic. Und ja, Niederlechner bis jetzt 81 Minuten in dieser Saison, da kann man glaube ich davon ausgehen, dass er jetzt nicht der absolute Lieblingsspielertyp von Fiel ist. Aber natürlich hatte ich genau denselben Gedanken, auch wenn ich die Offensive anschaue. Du hast da, ich finde, Schuller ist ein toller Spieler. Und Danny Scheer hat, ein unglaublich, unglaublich talentierter Spieler. Aber, wer soll hier die ganz große Torlast tragen? Denke ich als allererster, Florian Niederlechner, der hat das schon gezeigt in der zweiten Liga. Und ja, vielleicht ist der Weg zum Glück für Fiel ja auch der hin, zu Florian Niederlechner. Hast du noch was zu Hertha gegen Schalke, oder wollen wir das Spiel langsam zumachen? Ich glaube, wir können es zumachen. Alles klar, dann machen wir genau das. War auf jeden Fall interessant, von den beiden zu hören. Aber mit dem letzten Take gehe ich trotzdem nicht mit. Weil ja auch ein Tabakovic unfassbar viel von Reze profitiert hat. Ich weiß, ich habe ja gestern schon gesagt, natürlich würde uns Tabakovic jetzt helfen. Nicht falsch verstehen. Tabakovic würde uns jetzt helfen. Aber, wie viele Tore hätte er denn jetzt? Ohne Fabi Reze. Bei der Flankenqualität, die gerade reinkommt. Wahrscheinlich mehr als alle anderen Stürmer bei uns, aber am besten performt hat er natürlich mit Reze zusammen. Also ich bleibe dabei, dass ein fitter Reze deutlich schwieriger zu ersetzen gewesen wäre. und dann, um, 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 uh, Vielen Dank.